Da will ich nebenbei noch das da öffnen. Falls mir irgendjemand was überweisen möchte oder mir folgt und ich den Namen weiß dann, das ist schön. Ah. Ja. Oh, ich hab Werbung. Guck mal, hab ich denn Werbung? Ist auf meiner Seite. Wer ist Zolkas? Aha. Zolkas? Ja. Das ist einer von Grants und der auch oft bei Easton ist. Aha. Ja. So, starten. Twitch. Wow. Ich seh dich. Ist live. Krass. Ja. Voll geil. So. Und zuletzt hab ich ja. Cool. Bladius folgt mir und Zolkas folgt mir auch. Und Kitzel mich folgt mir auch. Ach Leute, ist das schön. Wunderschön. Jetzt müssen wir nur eine halbe Stunde auf live warten. Machen wir trotzdem schon mal Ready? Egal, dann können wir uns doch schon mal unterhalten mit den nicht freundlichen Leuten. Ich hab mir heute nach der Arbeit einen Salat gekauft, weil wir nachher auch ihn kaufen müssen und nichts essen haben. Deswegen hab ich ihn grad gegessen. Und dann hab ich mir noch Kekse mitgenommen und dann war ich an der Kasse und ich konnte nicht so viel tragen, weil ich ne kleine Tasche nur hatte und so weiter halt. Und dann seh ich da noch scheiß Marzipanbrot. Direkt schön vor die Kasse was ist. Ich muss es mir mitnehmen. Die wussten, dass ich vorbeikomme. Das hat 80 Cent gekostet. Und es ist nur so ein kleines Ding. 80 Cent? Was ist der Marzipanbrot? Hab ich schon nie gehört. Ich kenn Marzipan, ich kenn Brot. Das ist einfach nur Marzipan? Ist langgezogen und darum Schokolade? Ach so. Das heißt Marzipanbrot? Bei uns heißt es Marzipanbrot. Bei euch? Ja, komisch. Ich weiß nicht, bei uns ist es Marzipan mit Schokolade. Es ist aber Marzipan mit Schokolade. Okay. Oh mein Gott. Loots. Loots. Log in. Was hab ich? Maschinerräume in einem Stream. Also? Man scheint da oben keine Räume klicken. Hä? Wann kann man das denn machen? Räume? Noch keine Räume. Nessi hat noch keine Räume erstellt. Raum erstellen. Gib mir einen Namen für den Raum ein. Nur für, nur für, nur für, nur für Mods. Nur für Pyromade Head. Krass. Scheiße, ich will Großschreiben. Groß- und Kleinschreibung ist auch schwierig. Hä, das geht ja gar nicht. Das kann man ja nicht schreiben. Man kann nicht großschreiben. Oh Mann. Kann man schon. Nein, da nicht. Bei den Erstellen. Erstellt. Es gibt einen Raum namens Krass. Krass? Der ist einfach krass. Krass. Krass, dass der krass ist. Ja. Finde ich gut. Oh ja. Oh yeah. Muss ich schließen. Und da muss ich einmal Loots noch dabei haben. Muss mich hier anmelden. Stimmt. Loots. Ich kann ja Musik anmachen, ne? Im Hintergrund. Man hört ja gar nicht das Spiel, weil ich nicht drin bin. Mach einfach laut Musik an. Hier, ich habe eine Band gesehen. Ich habe eine Band gefunden. Ja. Ich wurde in der Innenstadt in Essen angelabert. Oh Gott. Und dann, ich lasse mich immer belabern von welchen Leuten. Ja. Auf jeden Fall. Die Band ist echt geil. Die habe ich ein Album von mir gekauft, obwohl ich mich mal gehört hatte. Welche ist das denn? Ich schicke es dir jetzt hier in den Weg. Dann kann ich die ja gleich hier hören. Ich finde die echt geschwächt. Also es ist glaube ich sogar deine Musik ist so Linkenpark-Style, so New Metal, weißt du? Warte, ich muss gerade noch versuchen mich anzumelden. Ich hatte gerade noch was zu sehen. Ah, jetzt geht's. Äh, Dashboard. Nein, live. Aber ja, eh kaum jemand das macht. Warte, was? Ist sie da? Hallo? Wer ist da? Oliwe? Ah, hi. Na ja, aber wie gesagt, sie redet den ganzen Tag halt nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, sie ist müde. Ich bin rausgeflogen, easy. Bin ich müde. Sie ist genervt von uns. Nein. Ich habe noch nichts gemacht, okay? Sie ist genervt von mir. Ja, sie ist genervt von mir, okay. Besser, besser. Bin ich nicht. Doch. Die willst du nicht zugeben? So, wie heißt die Band jetzt? Ich habe sie geschickt. Oh, das ist mir ein YouTube-Geschickt. Viel Glück. Nein. Ja, ein YouTube-Gag, klar. Illuminium. Ich kenne aber nur ein, zwei Lieder von denen es jetzt auch gesagt hat. Gibt es die bei Spotify? Illuminium? Äh, ja. Illuminium. Aber das Lied würde gefallen, glaube ich. Das ist so dein Style. Gehenna. Ja, Gehenna. Das ist ein gutes Lied, das gefällt dir. Gehenna. Ich finde es hier, warte mal. Ich will mal auf die Künstler gehen. Dann muss ich Gehenna finden. Äh, das ist aber das Lied, ne? Ja, das Lied würde ich finden. Gehenna. Okay. Geil. Aha, hörst du kurz bei YouTube, alles klar. Ähm, Thea. Wir streamen. Und, und, das heißt, der bei Daylight rumgestöhne von Dams, wie Thea. Sorry. Du musst auch stöhnen, heißt das? Nein, dass sie dabei ist. Also nicht, weil dann gestöhne, sondern dass das hier auch da ist. Weil ich habe ihn, ich habe ihn gefragt, wie ich das nennen soll, und er hat rumgestöhnt, deswegen. Was? Das habe ich gar nicht. Doch. Oh, hast du dich, ja. Wir kennen dich. Ich stöhne bei Thea. Wir kennen dich. Wir kennen mich. Seht das an, wenn wir alleine sind, hau, dass ich nicht richten. Warte, ich wollte doch, ich wollte doch Venom Survivor wir. Egal. Ja, dann macht es doch. Nein, ich bin mich gerade zu sch... Es ist too late, ja. To apologize. Soll ich wieder die ganzen Tag mit sich kein Gejammer spielen? Ja. Ja. Oh, ich habe vier Nachrichten bei Facebook. 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 Da bist du noch drauf, das ist doch tot. Ja. Ich habe auch eine Nachricht bei Facebook. Geil. Von der Gamescom. Geil. Hat einer Fahnschein hinzugefügt. Gamescom hat so eine Achtschein. Dings hatte ich eingeladen. Tim Bruns und Werbung und so. Mir gefällt mir zu markieren. Finde ich gut. Tim Bruns, Werbung und so. What the fuck? Geil. Geh ich hin. Werbeagentur in Aurich? Was ist denn in Aurich? Ich weiß es nicht. Ausstieg ist gut, ich mag das Lied. Ja, ist gut, ne? Erstmal gefällt mir. Ja, siehst du, habe ich ja gesagt, das ist dein Style. Danke. Bitte, gerne. Ich mag halt, ich unterstütze gerne Bands, die unbekannt sind, muss ich sagen. Ja. Ich finde das gut. Weil viele Musiker, eigentlich sind die meisten Musiker, die unbekannt sind, sind besser als die bekannten. Ja, ich finde das auch gut. Schön von dir, dass du das machst. Ich bin ein sehr netter Mensch, ich weiß. So. Oh, ich wollte gerade was posten da. Ah, Musik. Ich muss die Musik ausmachen. Ah, öh. Hä? Du hast hier nicht mal auf Twitter gepostet, dass du es streamen, weißt du? Nee, wollte ich gerade machen in dem Moment. Das ist wirklich. Ja, das ist wirklich. Ich streamen wirklich. Mit einem, zweiß Zuschauern. Nein. Ich wollte doch eigentlich jetzt öfter streamen, aber schon so lange her, deswegen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt jede Woche streamen. Da ist Michael. Jeden Tag. Michael? Ja, Michael. Siehst du mich, Michael? Oder läufst du einfach so wie so ein Spacko hier rum? Mein Problem ist, es ist voll dunkel hier und ich muss das Lichtleiter abmachen. Das heißt, ich bin geblendet, ich würde sterben, aber ist okay. Michael hat mich gesucht, aber Michael will sie mich nicht. Oh, fuck, my life. Er hat mich gesehen. Es ist ein Prestige, Michael. Prestige. Hui. Ach, fuck, ich bin ja... Ich bin ja Dings. Und nicht mehr Fang. War ich nicht. Nee, warst du nicht, ne? Der war auch bei dir, hat die Schnauze. Mich hat er aber nicht gestorben. Weißt du gar nicht. Doch, weil er mich nicht gesehen hat. Oh, Gott. Oh, mein Gott, er ist direkt hinter mir. Und plötzlich die Musik wiederkommt, ne? Hi. Ja, alles stimmt. Ich habe Asim-Ellen mit, warum auch immer. Dieser Scheiß-Pöp ist jetzt nur Kacke gekommen. Oh, fuck. Ah, nein. Oh, mein Gott, nicht in den Schrank. Nicht in den Schrank, Mann. Bist du nicht. Ei, 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 ei. Er nehmen war die Palette. Und ich wollte die Palette nehmen. Und auf einmal geht sie rein, raus, rein, raus. Mies. Kommst du in den Keller? Nee. Schade. Ja, deswegen ist es nicht. Du weißt, du bist im Glück. Hä? Im Glück kommst du in den Keller. Ah, ich muss gleich jetzt mal nach der Runde, oder wenn ich hänge, erst mal einen Energy Dindoos holen. Meine Herzrhythmusstörungen müssen gefördert werden. Oh, das darf ich. Ah, fuck. Es wird wieder nicht gut sein. Oder ist jemand da? Nee, er ist noch hier, weil er wusste, dass Thea noch hier irgendwo ist. Ja, das ist natürlich blöd, sage ich jetzt mal, ne? Ja, na und? Wo ist denn unser Freund, der Evi... Evi... Der ganz hinten, ganz, ganz weit weg, von mir links. Er hat mich verloren. Hier hat jemand Totem gemacht, das war ja bestimmt nicht Thea, ne? Kein Name, aber das Ganze dahinter. Er hat mich wiedergefunden. Und ich liege. Das ist schön. Michael, gibst du sie auch? Ja, ne? Ja, oder? 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 Ja, das machst du schön, Michael. Willst du mich heilen? Ja, selbstverständlich möchte ich das. Und dann kann ich dir gerne gleich mal den Schrank zeigen, der hier irgendwo ist. Nee, danke. Auf der anderen Seite von der Palette da. Ja, das ist schön. Schön für den Schrank. Gibt's hier ne Kiste? Ich brauch ein geiles Item daraus. Da ganz hinten, wo du am Anfang warst, da war ne Kiste. Und ich hab die leider angefasst, als Michael kam. Das ist clever. Macht der anderen Jen oder... Der ist ganz... Weiß ich nicht. Der hat da ganz hinten irgendwas gemacht. Okay. Der wird gerade verfolgt. Äh, okay. Ich renne. Dann mach ich den Jenny zu Ende. Warte, du hattest Anführer, ne? Warte, kriecht eigentlich dieser scheiß Behälter hier die ganze Zeit so. Damit das gruselig ist, das fühle ich Stimmung. Ja. Das Spiel ist echt am Anfang, so die ersten 10, 20 Stunden... Wow, toll! Jetzt geht der hinter mir. Oh, fuck my life. Ich kann sie nicht retten. Kommt der andere zu dir, Leif? Nee, der wurde ja gerade verfolgt, aber hat mich gesehen, deswegen ist er zu mir gegangen. Ja. Shit, warte. Vielleicht kann ich dich aufheben. Ja, warte, ich hatte den. Kannst du mich abfarmen? Nicht abfarmen. Warte, ich... Hoffentlich bleibt er nicht bereit, so wie der letzte. Okay, renn, renn, renn. So, der Zweik hat, nice. Wo ist er denn? Ich gehe weiter rechts lang. Oh, da hinten ist er. Ey, wie panisch man sich umguckt, sobald die Musik einsetzen mich denkt. Ja, 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 ja. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist noch die ganze Zeit hier irgendwo. Hä? Michael, wo bist du? Ich höre deinen... Ach. Alter, was für Terror war. Was hast du denn, Michael? Ja, ich bin gerade auch... Der Hände ist er. Ach, er jagt noch die ganze Zeit... Er jagt noch die ganze Zeit den anderen. Hm. Ich mach mal... Ich bin die ganze Zeit hier zwischen, Mann. Fuck, wenn ich jetzt sterbe. Hier ist ein Gen... Ach, Gott sei Dank. Ich habe den angetappt, den Generator. Ah, ha, ha. Geh weg. Ich will ihn retten. Wo ist Michael hin? Ich weiß nicht. Aber er ist ja kein Camper oder sowas. Ja, das Barbecue. Denkste? Ist er direkt zu dir gekommen, meinst du? Ja, ich hatte ihn. Ich bin schon da direkt. Ich war die ganze Zeit da. Renn doch nicht weg. Wow. Er kommt zurück? Okay. Ich habe Fassen, Erbel. Ich kriege einen Baumkasten. Kommt er wirklich zurück, oder? Ja, ja. Er ist zurückgegangen. Oh, er hat einfach... Oh mein Gott. Er hat einfach keinen Herzschlag. Äh, wie? Der ist auch zwei. Nein, er war eben zwei Meter von mir entfernt und ich hatte keinen Herzschlag. Komisch. Vielleicht ist der Bad Buckler wieder am Start. Kann auch sein. Oder er hat irgendwie ein Add-on oder so dafür. Ich weiß es nicht. Wo bist du direkt im Haus? Fuck. Ich bin im Haus. Da bin ich gerade hingerannt. In groß oder in klein? In groß. Ach so. Bin ich irgendwie extra hinten langgelaufen? Oh, fuck. Ich sterbe. Nice. Ich dachte, du warst im kleinen Horns. Dann wollte ich jetzt nicht hinrennen. Nee. Okay. Hier ist keine Palette oder so. Oder ist hier eine Palette? Nö, höchst gar nichts mehr. Hier ist... die Kiste, die ich ganz am Anfang machen wollte. Geil. Ja. So sieht man sich wieder. Das hat er gar nicht verfolgt. Ja. Er hat mich immer gesehen. Ich sehe ihn halt lieber nicht. Ich weiß nicht. Er verfolgt... Oh Gott. Oh Gott. Irgendjemanden. Ei, 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 ei. Muss auch treffen. Ich hab... Greenpost. Da hol ich mal die Messe. Was willst du machen? Mich retten? Hm? Ich komm. Ja. Da bin ich. Ich muss die ganz... Du musst... Du musst gar nicht die ganze Zeit drehen, wenn du... Also das Mossrad-Ding da drehen in der Mitte, ne? Wenn du hängst. Ich muss die ganze Zeit... Wenn ich ganz kurz aufführe, bin ich tot. Echt? Ja. Ich muss nicht die ganze Zeit drehen. Ja, egal. Ich mach's einfach. Na, soll ich die Kiste aufmachen? Dann kann du... Mach das, wenn du willst. Ich hab nämlich Ass im Erbe. Ja, mach das. Aber kriegst du schon nur Scheiß. Ich hab zwei braune Sachen... Ach, hast du schon ein Item? Hm. Aber das ist braun. Das ist jetzt leer. Was ist das? Wow, braun ist wieder... Braune, eh, dann. Ich will mir deins einfach mit. Vielleicht kann ich's ja behalten danach. Ja, braune. Jetzt willst du retten, weil ich will nicht nochmal hängen. Ja, kann ich machen. Maike, da bist du doch. Ich seh dich, Maike. Ich seh dich. Dann versuch ich jetzt auch mal irgendwie einen Gen zu machen, so langsam. Äh, im Haus, der war halb. Aber da ist sie ja leider. Äh, ist er. Ja. Ich weiß nicht, was der andere macht, der da nichts im Haus sitzt. Großes in die Map eigentlich. Der versteckt sich gerade im Schrank. Dich ernsthaft? Ist er bei dir in der Nähe, oder was? Nee. Ganz versteckt bei mir. Okay. Oh, da ist er. Hi. Ich heile dich mit dem Werkzeugkasten. Oh, wow, er ist hier. Mit dem Werkzeugkasten. Oh, er hat den einen vom Haken genommen. Äh, vom Generator genommen. Haha. Das ist schlecht. Geht aber schnell. Er hat wirklich keinen Herzschlag irgendwie. Er hat wirklich keinen Herzschlag. Ein braunes Ding. Außer man hat es doch nicht gemacht, weil er da hinten war. Wohin hängst du den jetzt? Hallo? Schau, warum verstecke ich mich hier, wenn er Barbecue hat? Wow, der ist ja fast wieder in Ruhe. Er kommt so wieder zu uns. Er weiß direkt, dass ich hier irgendwo bin. Fuck my life. Woo. Fuck. Äh, ich setze dir. Okay, dann willst du ihn retten, oder ich? Äh, ich bin leider direkt dort in dem engen Gang. Ja, ich meine, ich stehe. Och man, er stoppt mich jetzt. Fuck, was soll ich tun? Nein, ich... Ich hasse... Ich hasse Ecken. Ich bin in die fucking Ecke gerannt. Ich muss wieder rein spielen, da. Warm spielen, so mit Dings. Eis spielen. Kommst du ins Haus? Ich komme direkt ins Haus, ja. Hi. Was? Wow, der hat sich... I don't care, bitch. Wow. I don't care. Hat sich töten lassen? Ja. Gute Runde. Guckst du mich, Michael? Warum stalkst du mich? Hast du es so nötig? Okay, anscheinend schon. Sie will nach, ob er es richtig nötig hat. Wie weit war es eigentlich mit dem Wiggeln? Er hat nur noch ein ganz kleines bisschen gefehlt. Naja, rip. Äh, such die Luke. Ich lasse mich umbringen. Also, wenn du die Luke hast, bis dahin warte ich dann mal. Eigentlich liebe ich Mike, aber irgendwie... Hello from the other seat. Otter. Otter. Otter, ja. Ja. Help. Der ist aber eine Olive. Bin ich kein Otter. Doch, du bist eine Olive. Bin ich nicht. Jeder weiß es. Nein. Doch. Alles gut, oder? Bist du schlecht drauf heute? Sie ist schlecht drauf heute. Ich bin nicht schlecht drauf. Nein, natürlich nicht. Bin ich schlecht nicht. Sie ist genervt. Von vielen, von vielen Sachen. So, Nurse Calling, beständig, Barbecue und Beobachtung zuschlagen. Was für Elterns hat er? Achso, Beobachtung zuschlagen ist er mit dem Terrorradio. Stimmt. Deswegen haben wir ihn nicht gehört. Was? Rockstar, Summer Music, Rock am Regen, Southide. Rock am Regen! Ja. Wenn ich das gewinnen würde, würde ich nicht hingehen. Ich würde einfach nur verkaufen für viel Geld. Ja, ich auch. Was? Ich dachte, er ist so bütend. Ach, stock dich hoch. Bitte. Mach. Läckst du ein bisschen Rum? Was ist da los? Was ist da los? Komm, Fisic Speed. Ja, geil! Easy. Ich finde, er kann dir jetzt mal ruhig die Luke gehen, ganz ehrlich. Nee, mach dir nicht. Oh, was für ein scheiß Killer. 10 Euro spende ich hier. Was ist da los? Wie war euer Tappes jetzt so? Ging. Schlecht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Thea, rede ich mir, ich muss mit mir selber reden. Oh, du rülf überhaupt nicht. Ich rede. Jetzt hast du was in den Mund wieder, ne? Ist doch gut, dass sie isst. Es ist doch gut. Was? Was? Liebe Essen. Ich auch. Jeder, jeder liebt Essen. Außer die komischen Menschen. So, wen spiele ich denn jetzt gleich? Mac. Okay, ich spiele Mac. Alles klar. Mac. Maggie, Mac, Mac. Maggie, Matt. Mattfett. Haha. Wieder richtig viel Humor heute. Ja. Ja, ich muss irgendwie die Cam ein bisschen weiter runter. Ich habe immer noch nicht vorhandenen Bub sehen können. Geil, Alter. Nee, weil ich mache. Was? Was? Machst du eine Lobby oder soll ich? Äh, du? Was ist mit Thea? Jetzt hast du aber echt deine Möps in der Cam hängen, ne? Oh, stimmt. Ja. Ich konnte es doch nicht sehen, weil das Team ja ein bisschen langsam ist. Wow, ich habe mich heute das allererste Mal eingeladen. Oh mein Gott. Bei mir spinnt alles. Tolles Erlebnis. Mein DVD. Oh nein, ich habe den Fehler schon wieder, dass die ganze Zeit ich jemanden einladen muss. Oh nein. Mein DVD ist, äh, hallo? Äh, okay. Äh, hallo? Hallo, Firefox? Hallo, DVD? Hallo? Musst du, glaube ich, neu starten. Okay. Ich auch. Ich bin das bei dir auch gerade mega rum? Ja, ich meine, DVD ist irgendwie so halb gecrasht. Bei mir auch. Okay. The Baylight. Ich bin gerade sechs Freunde nur von meinen... Was? Ich bin sechs Freunde, ich bin DVD? Geil. Ich habe doch so viele Freunde bei Steam. Das ist ja doof. Oh, dieses Intro ist so nervig. Das ist auch mega laut. Ja. Ich höre die ganze Zeit hier so Knackgeräusche. Knackgeräusche? Richtige Knackgeräusche höre ich hier. Besser als wenn du Kackgeräusche hörst. Ja, das ist dann nicht so cool. Wer lädt mich ein? Er. Boah, es spinnt immer noch rum. Ah, jetzt. Jetzt. Du lädst uns ein, habe ich gehört. Geil. Das hat funktioniert. Ich bin ihr Meister. Eben, du hast mich gar nicht eingeladen, oder? Du hast mich nicht eingeladen. Gibst du, dass du es nicht gemacht hast? Wer ich? Sie? Er ist? Sie, sie. Ich habe dich eingeladen. Ja, aber da vorne nicht. Ich will da vorne nicht, ne. Oh, okay. Meg. Das ist immer meine Aufgabe eigentlich heute. Ja, ich soll Lobby spielen. Ach, ja, natürlich. Äh, meine Aufgabe habe ich schon gemacht. Du hast so drei Aufgaben. Richtig geil. Ich habe nur, ich habe null. Ich habe drei. Und zwei davon sind für den Doktor. Den ich aber dann irgendwann alleine spiele. Den Duktor? Den Duktor. Den Duktor. Ja, goll. Woo. Ready. Mit dem Schlafanzug. Okay. Das ist schon gleich vier. What the fuck? Wird hake ich Spaß um? Ja, auf jeden Fall. Oh, ich habe was im Auge. Ja, ich auch. Bild von Thea. Phoenix. Was? Nein. Hast du was genommen? Thea, ja. Das ist Thea genommen? Ja, habe ich genommen. Oh, ja. Das hätte sie wohl gerne. Was? Sie oder ich? Ja. Ah, sie, sie. Sie, ja, sie. Ja, du. Du auch, ja. Natürlich. Natürlich. Ja. Halli-Lof-Stand! Denkst du, du wirst irgendwie eingeladen zu unserer Hochzeit? Ich hoffe. Okay. Also, du magst doch keine Hochzeiten. Ja, ich weiß. Wir machen auch keine. Ne, machen auch nicht. Dann seid ihr trotzdem verheiratet. Habt ihr so beschlossen? Ab jetzt oder was? Ja, ja. Okay. So, jetzt Mann und Frau. Hast du uns jetzt getraut? Ihr dürft euch jetzt beide anstupsen. Geil. Beim PS. Na, ne. Nicht zu voll. Sorry. Ist okay. Ich schub's heute nur meinen Penis an. Was? Mhm. Ja, mach mal. Ist ja auch schon Pi-Uhr gleich. Da kann man schon mal die ganzen vulgären Ausgleiche rausholen. Ja. Ja, kommen jetzt alle aus der Schule. Perfekt. Geil. Oder? Das sind noch Zeiten. Das stimmt. Ich brauche mehr Marzipan. Okay. Marzipan. Nazipan. Ha, ha. Okay. Yay. Aua. Was ist Aua? Das tat weh. Was tat weh? Ja, okay. Bibi. Hm. Hm. Bibi, wo bist du? Bibi. Bibi. Da bist du. Oh, guck mal, wie süß der mit seiner Kettensiegel herumfährt. Richtig glücklich. Ich habe Angst, einen Generator anzufangen. Wäre ich mal so glücklich wie Bibi. Äh. Guck mal da. Da ist der Generator. Ich habe seinen Totem. Ja, dann mach's doch mal. Joa. Easy. Das ist richtig komisch, dass er nicht sofort hierher fährt. Macht irgendwie doch jeder Killer. Ja, fehlte Angst. Tschüss, Ruin. Easy. Er kommt nicht hierher, was? Doch. Doch, kommt er bestimmt. Ja, ja, er will dich jetzt umbringen. Zurecht. Ich bin gar nicht hier. Nee, er ist nicht hier. What the fuck? Stecke ich mich umsonst? Ja, ich glaube... Vielleicht will ich den anderen. Vielleicht will ich den Phoenix. Gut, dann mache ich jetzt halt einen Generator. Machst du noch einen Totem? Nein, einen Generator meine ich wirklich. Ja, ich habe hier allein einen Gen gemacht. Boom. Oh, ist das schön in Ruinen. Wo gehst du hin? Du hast doch allein einen Gen gemacht. Ja, jetzt springt er, ich bin dir da, ja. Ey! Nein, du! Ja, du hast ja einen Gen gemacht. Ja, 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 ja. Nee, das bin ich. Ich hätte Bill jetzt. Ich bin jetzt mit Bill in der Beziehung. Äh, wenn er nicht Bill jagt, wen jagt er dann? Nein. Wie du bist du jetzt mit Bill in der Beziehung? So? Ich weiß nicht. Was sollt? Was? Oh. Ich mag Bill. Weil er so alt ist. Ja. Von billiger Haut. Man stellt die man nicht sieht, was? Ja. Je. Oh ja. Im Osten war es doch so. Im Osten haben die so 4FHK und dann haben die sich nicht rasiert früher. Was denn? Bei euch ist es immer voll 4FHK. Nein. Natürlich. Ich war schon mal gut auf da im Osten. Da laufen die anderen beschränkt nackt rum. Die dicken Männer mit ihren Hängelümmels. Und die Frau mit ihren Hängelümmützen. Und Lösen. Und was auch immer. Was? Widerlich. Sehr verstörend, ja. Guck mal da. Hier irgendwo ist hier Biggie, aber ich fang jetzt am Tod. Hallo? Warum steht er da? Hat er keinen Bock? Wo ist er denn ungefähr? Hä? Er steht hier vor dem... Vor der Hütte? Thea, komm mal. Komm mal links. Da steht er. Was ist los? Ist er kaputt? Ey, du. Ey, du. Alter. Kaputt? Komm her. Wo seid ihr denn? Ich glaube, er ist kaputt. Oder die Kinder ist kaputt. Ja, ich glaube, er ist einfach traurig, weil er niemanden gefunden hat am Anfang. Am Ausgangstod. Weil gleich hat er nöht. Dann dringend ist alle zu ihm. Ja, genau. Damit. Macht er den nächsten Jen, also. Was ist denn los mit ihm? Du hast ihn kaputt gemacht. Gut gemacht. Ich glaube, ich glaube ich. Hm? Hat er jetzt Bock? Hä? Er macht sein Kettin. Sie bleibt wieder stehen. Vielleicht wollte er ein guter Killer sein. Stuckte? Ich weiß. Ist er brain-up-gut? Ich glaube, ich hätte erst stuck. Er steht ja nur irgendwo drin. Hm. Willi, alles okay bei dir? Macht irgendjemand gerade noch einen Jen? Äh, nö, wie nicht. Ich gucke ihn an. Ich gucke den Willi an. Und er guckt in den Himmel. Das ist schön. Er wartet mich schon einfach auf diesen Augenblick. Obwohl er einfach seine Kettenwege nehmen kann. Ja gut, easy. 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 Ja. Bei welchem seid ihr? Die da hinten? Bei dem rechten? 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 Ja, bei dem rechten. Kommt zum rechten. Ja, ist okay. Der ist ja nämlich. Der steht da nicht. Wohin, doch. Willi? Er ist kaputt. Da hinten. Wir haben Willi kaputt gemacht. Komm her. Da, ich seh dich. Komm. Ah, das ist Mac. Mac, komm her. Ich bin Mac. Wo seid ihr denn direkt? Hier. Ja, ja, hier. Willi ist kaputt. Willi ist kaputt? Hallo? Was ist los mit ihm? Nein. Bitte nicht. Oh, oh. Ich will, dass er mitkommt. Hallo? Ich glaube, er will nicht mehr. Gehen wir die mal raus. Der arme Kerl hat genug gelitten. Du hast einen schönen Sommerteil. Hallo. Oh. Tschüss. Guck mal, wie sie läuft. Siehst du die? Sie ist einfach weggelaufen. Alter, was für eine blöde Kuh. Nein. Ja. Tschüss. Okay. Nein. Okay. Lass sie die blöde Kuh sein. Warum? Wow. Wow. Das war eine gute Runde. Was war los mit mir? Das hat Spaß gemacht. Das war gut. Everything. Everything. Ich habe nicht mal Pip bekommen. Nur 8000 Punkte. Ja. Ich glaube, er hat doch Party-Rumschlagen gemacht. Für uns. Oh, was ist das? Ah, ah, ah. Was ist los? Hm. Guck mal, er hat ein geiles, geiles Foto. Er hat ein Foto von sich gemacht, wie er ein Selfie macht. Und das als Profilbild genommen. Nice. I like that. Er lebt in der Zukunft. Wie macht man das dann? Ach so. Hau dann. Ja. Wahrscheinlich stimmt das, ne? Nochmal ein Wheel drehen. Am Wheel drehen. Ein Wheel? Am Wheel drehen. Jake! Okay, ich will auch ein Wheel. Darf ich auch ein Wheel haben? Darf ich für dich auch einmal drehen? Ja, dreh auch mal für mich. Fang. Fang? Und was für Perks denn? Habe ich nicht gemacht. Ach so, okay. Weil ich nicht so viele für alle habe. Äh, Fang. Äh, Fang. Wie Fang? Mit Observierung. Habe ich irgendwie was? Flink. Ähm. Ich will ein ewig Leben in Leichtgewicht. Ne, verwandt mich. Das ist gut. Ach ne, geht ja auch nicht Leichtgewicht. So, zack. I've been ready. Ich will ein erster Hilfeset mit. Mit krassen, coolen Sachen. Und ich bin auch gar nicht bei euch. Ich kann nicht der Lobby beitreten. Ich kann nicht. Warum? Es steht einfach, ich kann nicht. Ach so, weil ich gerade ein Spiel suche. Ach so. Das ist so blöd. Oh nein, ich kann es gerade wirklich nicht. Oh oh. Oh oh. Ich muss das Spiel neu starten, glaube ich. Oh oh. Vielleicht mache ich eine Lobby auf. Warte. Weil ich ja gerade ein Spiel gesucht habe und deswegen kann ich jetzt nicht, obwohl ich im Hauptmenü bin. Okay. Das Leben ist echt gemein. Nett hier. Ne? Ne. Ja, ich muss das Spiel neu starten. Ja. Okay. Ja, läuft heute bei dir. Weißt du, wie ich mal wieder richtig DVD spiele? Ich darf nicht. Ja. Das ist bei DVD immer so, leider. Mhm. Wusstest du, dass Stephen Hawking tot ist? Was? Stephen Hawking ist tot. Warum? Weil er gestorben ist. Mhm. Nach doch nicht bei sowas Ernst. Wieso sagst du denn warum? Weil es auch ein Unfall gewesen sein kann oder ein Attentag. Das ist mehr. Ja, natürlich. Ey, das kann man nicht wissen. Ne, stimmt. Ein 76-Jähriger, der ALS hat, der stirbt meistens. Einen unnatürlichen Tod. Der stirbt meistens irgendwann. Ja, hast du recht. Lull. 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 Hallo. Hallo. Natürlich muss ich das Amazipan essen. Leiche ist es schon leer. Ist mein Streaming eigentlich an? Ja, ist live. Warum macht er denn keine Kommandos? Nee, du bist nicht live. Ich schnauze. Ja, warum will er nicht? Was will er nicht? Ja, der macht nicht mal die Sachen, die Timer da nach einer bestimmten Zeit. Aber Jagd kann man machen. Ich habe fünf gemacht, deswegen verliere ich, weil ich immer drei mache eigentlich. Scheiße. Oh, ups. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Trip. Jagd. Drei. Cool. Mir gefällt ein Tweeten, wie du erwähnt. Oh, das A. Aha. Was soll das? So ist es also. Ja, ich weiß es auch nicht. Recht ist das. Recht. Hi. Guten Morgen. Warte, will ich mich anders anziehen? Will ich nicht mal der süße kleine Jake sein, sondern... Ja, ich ziehe mich auch anders an. Warte, warte, warte. Hier, zack. Easy, biesi. Ja, easy. Ach so, hat sich noch geändert. Ja. Ja, warte, ich will nicht mal der süße kleine Jake sein, der gerade von der Grundschule kommt. Nicht? Nee. Okay. Das will ich cool sein. Der coole Jake. Richtig cool. Cooler Jake mit keinem Gejammer. Genau. Nein. Nicht mit keinem Gejammer. Doch? Nein. Kein Gejammer. Der beste Perk. Digga, guck mich an. Ne, warte. Was? Es gibt uns... Oh mein Gott. Hä? Die machen heutzutage aus allem Scheiß auch Geld, ne? Fantastische Tierwesen Teil 2, yeah. Teil 2. Ich war im Kino und dachte mir so, ey, wann ist das vorbei? War zwar ein schöner Film, aber ich dachte mir so, ne. Der geht so lang. Ja, Teil 2 und dann kommt schon Teil 4, 115, so wie bei Star Wars oder bei allen Superhelden-Filmen oder whatever. Wo die drei Millionen Teile machen. Hallo! Kitzel mich! Nicht spoilern? Was meinst du mit nicht spoilern? Wie ist was gemeint? Er hat was spoilern? Wo? Wer? Was meinst du? Bin grad verwirrt. Spoilern? Hm. Äh? Weiß ich auch nicht. Aber ich kitzel dich gerne. Was? Ach, ich hab mich noch unbezogen. Oh Gott, ja. Ja. Oh Gott. Hm. Rot ist eine schöne Farbe. Nicht spoilern. Ja, spoilern jetzt nicht, welcher Killer kommt, okay? Das ist ne Regel von dir. Achso. Ja. Ich hab da einfach nur irgendwas hingeschrieben, ja. Damit da irgendwas steht. Wow, du kennst ja eine Regel nicht mehr. Äh. Ja, was hast du nicht, was er meinte? Oh, du hast voll einen geilen Smileys. Was muss ich dafür tun? Wem muss ich heiraten? Ich will auch die Smileys haben. Keine Ahnung, wer es ist. Dafür gibt es 10 von 10. 10 von 10. Toll, ich hab die nicht mehr. Ha! No. No. Easy. Easy peasy. Ah Gott. Was? Ich hab mir gesagt, ah Gott. Ah Gott, ja. Tearati Boys. Fitea. Admiral. Und die von Netsi sind meine. Uuuuh. Uuhu. Ja. Den kenn ich nämlich, den Typen. Voll geil. Ja, ich kenne eine berühmte Person und... Oh mein Gott, das war ein Lutz. What the fuck ist das? Das war gerade voll laut. Was war Lutz? Nein, ich hab eben das Ding gehört von Lutz. Danke für die Lutz. Ah, danke. Kennst du schon früher. Ja, mach ich gerne. Ja, ich kann wieder sehen. Schön, dass irgendjemand mal Lutz macht. Das hab ich so selten. Nee, ich bin gerade im Spiel. Es ist ein bisschen schwierig. Es tut mir sehr leid. Voll die coolen Tattoos. Was ist da drin? Ein brauner Scheißwärtsverkasten und irgendjemand hat schon auch die Frisse bekommen. Wow. Ich weiß nicht, wer das ist. Ach. Danke. Danke. Ich hab mich gerade beschweren wegen Ruinen. Wie schön. So fängt eine gute Runde an. Ja. Ich mach ein Gin. Die eine kriegt auf die Fresse. Schöner Wald hier. Richtig atmosphärisch. Ein paar Vögel. Ich sitze in so einem komischen Scheißfeld. Das sieht echt ganz so kacke aus. Sobald irgendjemand seit drei Jahren nichts mehr gemacht hat. Nach drei Jahren? Vier. Vier. Ja, vier. Du kennst dich ja aus als Bauer. Ich bin der übelste Bauer. Du bist der übelste Dorfkundesbind. Na und? Ich mag Kühe. Ja, ich auch. Wenn sie gegart sind und geröstet. Bist ein Arsch. Ich hab ein bisschen Arsch, danke. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Oh, ich mach jetzt auch mit. Oh, davon ist die Hand mit. Die Hand mit, wow. Gesundheit. Danke. Wow. Wow. Oh, fuck my life. Ah, ja, die andere. Ja, Mac, rennt. Spiels fäng, ne? Ich bin fäng, ne? Hi. Hi. Hi, was? Hi. Hallo. Du bist nicht gemeint. Sei die Klappe. Sie, woher sie denn hin? Weiß die ganze Zeit redet her nicht. Aber mich anzukacken, ne? Da macht sie ihr Klappe wieder auf. Wo sie denn dich lieben? Oh, sie rennt rum. Ja, ja, ja. Da bin ich. Bitte, Leute. Dü, 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 dü. Ich würde gerne auf den Chat eingehen, wenn jemand das schreibt, was ich aber nicht kann, weil ich meinen zweiten Bildschirm nicht anhabe und ich zu freuen, das hier zu tun. Er hat geschrieben, gern doch. Gern doch. Mit Smiles. Ist es er oder sie oder es? Es ist er. Bist du sicher? Frag ihn. Sie. Es. Okay. Oh, das ist ein Gen. Wo kommt ihr denn her? Oder du? Das ist nicht einfach sie, ja. Das magst du, ne? Oh. Darf ich ihn holen, oder? Wir sind gerade eigentlich genau daneben, weil sie kommt in unsere Richtung. Dann hol ich sie. Sie ist... Sie ist... Was? Warte, ich rette dich noch nicht, Mac. Keine Sorge. Mac, warte noch. Mac, warte noch. Ah! Wuppa! Ach, nee. Was willst du denn? Warum willst du jetzt mich? Aber sie kämpft da so ein bisschen hart. So ein bisschen, ja. Sie passt auf, dass keiner Mac zu nahe kommt. Naja. Komm her. Ich hoffe... Komm her. Ich hoffe, irgendjemand liebt mich auch mal so... Sie guckt mich nicht an. Die Hand ist weg. Komm her. Komm her. Ich winke doch. Ich hätte sie eben retten sollen. Fuck. Aber ich dachte, sie geht vielleicht noch weg. Oh Mann. Mann, ernsthaft? Ich leg sie ab. Ich leg sie ab. Ja, geht nicht. Sie kommt zurück. Ach Mann, ernsthaft? Sie ist für eine Snitch. Genau, komm. Upp. Fahm sie ab. Warte, fahm sie ab. Ich fahm sie nicht ab. Ich fahm sie nicht ab. Nein. Ja, sie ist so tot. Ich kann nicht. Sie ist doch die ganze Zeit. Ja, warte. Ich stelle mich dazwischen sie und dann schlägt sie mich statt. Mach, mach, mach. Renn! Ja! Nice. Easy peasy. Ich soll sie mich nehmen am besten. Nehmst du mich? Easy peasy lamb sweet. Wo bist du denn? Kannst du mich heilen? Äh, ich bin zu meinem Jens zurückgelaufen. Wo Thea dran ist. Hallo. Hm. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Könnt ihr mal zu dem kommen, der... Ja, ich komme. Den wir eben gemacht haben, Thea. Hm. Ey. Ey, ey, ey. Ich will den S anfassen. Natürlich bin ich mir da sicher. Ich weiß genau, was du bist. Es ist S. Es ist doch S. Was wusstest? S und ne S, bitch. Ja. Aber gut, dass es eben gut funktioniert hat. Das ist schön. Ja, aber wir haben ihn gerettet. Und ich habe gleichzeitig zwei Tokens bekommen dafür. Ja, Points. Ich habe keine bekommen. Aber ich finde, dass du... Soll wir den Jenny vorne, wo er war, machen? Ja, komm. Kommt auf anderem, siehst du. Oh, lieber nicht. Hast du mich gesehen? Ich bin doch ziemlich unauffällig mit meinem roten Teil, oder? Ah, sie hat Angst vor den Paletten, würde ich sagen. Kommst du mir? Falt mir jetzt bitte. Ja, macht ihr mal Jenny nicht. Nee, will sie nicht zu wem. Wo ist denn hier noch einer in der Nähe? Hm. Oh, wow, 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 wow. Ei, 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 hey du kleine... Wurm. Hier ist kein Jenny. Da, hier ist ein Jenny. In der hintersten Ecke hinter dem kleinen Häuschen bin ich jetzt. Okay. Wo bist du denn? Oder? Ich komme da hin. Okay. Also, ich habe Adrenalin. auch hier ist keine palette mehr dennoch natürlich wenn was auch sonst weiterhin seid ihr schön ja macht mal ruhig weiter so nein ich hatte dich alleine schaffst du es nicht ich weiß nicht dass du den keller gehst wussten wir alle nicht wäre es gut wenn sie hoch kommt mich jagen würde weil sie kommt ja du komm her nämlich 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 ja ja aber ich dachte sie wird mich nicht verfolgen glaube ich glaube ich ich kann mich nicht allein zu ende heilen oder mit gezückter axt aber sie geht wieder oder kann nicht zu ende heilen what the fuck warum nicht weil man mir die kasten nur braun ist ach du hast keine selbst versorgen das ist blöd liebe kämpfer kämpfer sind eigentlich die besten menschen ja dann geht mal raus meine freunde mal gucken ich habe mich mal angefangen zu ja ich habe mich mal angefangen zu heilen dankeschön das war dumm von mir stimmt habe ich gar nicht gesehen ich bin er sie hat nöt ja ja ist ja egal sie ist hier so blinken sie hebt sie hebt hier nicht mehr auf ja ne wegen parmiet ist ja da gehen wir raus wie ich was ach sie nämlich jetzt doch ganz ehrlich das ist wieder verblüht ja ich weiß aber musst du noch mit irgendjemanden gerade entkommen oder hast du die erfolge alle schon ich muss keine kommen also ich glaube ich habe es nicht mal raus zu gehen doch klar nicht wenn sie wirft und schnell hier ist sie wirft habe ich getroffen warte ich komme die nächste axt ja jetzt kommt sie nächste axt ne die schmeißt du nicht ja nicht gut also nicht meine ich damit riep 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 ja bauwikioner ist kolling nöt von ruinen o mein gott nöt nöt Ja, ich versuch's. Bist du mal angekommen? Nö, nö. Oh, ich hab die Luke gefunden. Ach, schön. Hab aber leider nur 800 Punkte bekommen. Ist ja voll verbuggt, dieses Spiel. Nö. Ja, komisch, ey. Okay. Zumindest hast du 10.000 Punkte. Ja. Oh, ich hab so Durst, weil ich wieder rede. Ja, da musst du mal trinken. Mehr trinken. Okay. Hab ich mit meinem Schöpf heute über Socken unterhalten. Er zeig auch total gerne. Aber zu Battlefield und sowas Blödes. Sowas Blödes aber auch. Ja. Mann, die Killer, die kämpfen und dann dreht rausgehen, weißt du? Da kann man nicht mal salzig sein ohne Ende. Finde ich auch total blöd. Das ist echt ärgerlich. Das wird doch jeder salzig sein. Ich mach jetzt eine Lobby auf. Okay. Ist eigentlich, Herr Felken sauer auf mich wegen dem einen Moment, als er, als ich gegangen bin einfach so. Äh, was? Keine Ahnung. Na Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Dann drehen wir mal das Rad hier. Ich bin gleich wieder da. Okay. Jake! Okay. Und du spielst jetzt... Ach, wir waren beide... Ja, du spielst auch Jake. Ja, du spielst auch Jake. Ich hab das hier aufgefallen. Ja. Ich spiel jetzt auch Jake. Ich spiel jetzt, äh, mit... Mit? Mit Jakes Dingern schon? Bin ich mit Jakes schon entkommen? Bist du mit Jake schon entkommen? Mit... Ja, okay. Gelehrtes Schwein. Albtraum. Quentin. Quentin. Doktor... Aze. Lowie. Hm. Ja, da, da. Ich glaube schon. Hab schon wieder Hunger. Ja. Ah, ganz. Hä? Ich seh Jake nicht mal hier. Keine Ahnung. Du hast schon wieder Hunger. Oder muss man mit Jake nur die Sachen freischalten, die Perks? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Außer, dass es nur so ist. Ähm. Ja. Ich glaube ich spiel so. Okay. Ja. Kommt mal ran, Kinas. Gefällt mir. Ja. Aha. Ihr habt mal zusammengezockt. Aha. Ihr habt mal zusammengezockt. Aha. Ja. Weil er ein Stalker ist. Er ist ein Stalker. Er ist ein Stalker. Ja. Geht aus. Marcel ist ein Stalker. Aha. Oh ja. Marcel. Marcel aus Österreich ist ein Stalker, meinst du? Er hast ihn gerade bei Steam oder bist du auf seiner Seite? Nein bei Twitch. Bei Twitch. Bei Twitch. Bei Twitch. Äh. Dia sagte mal irgendwas, wie hieß es nochmal? Wabbel? Wabbel? Wabble. Wabble. Was heißt immer Idiot oder so? Wabble. Wie heißt es? Wabble. Kann sein. Keine Ahnung. Ich kann das nicht. Ich verstehe die Österreicher nicht. Meister. Oh Mann. Die Schweiz ist noch schlimmer. Meine Lobby. Du und du. Soll ich jetzt kommen? Ähm, meinetwegen. Okay. Ups. Ah, verschrieben. Meine Maus ist weg. So, jetzt. Overwatch, Platin. Kann ich dich in den Raum einladen? Bin krass. Ah, keine Ahnung. Interessant. Was ist mit Overwatch? Hm? Was ist mit Overwatch? Er spielt Overwatch. Was denn? Ja, Platin ist überhaupt. Ich weiß nicht, was Thea ist. Ich weiß nicht. Boah, ich bin so enttäuscht von Thea. Ich dachte, du wirst besser. Ja, ich bin ja gerade auf dem Weg zu Thea. Ist ja gut. Okay. Ist Thea das höchste? Nein, Thea ist das, was nach Platin kommt. Das höchste ist halt Top 500. Und was? Wann kommt das? Top 500. Dann, wenn du in den Top 500 bist. Ja, was kommt nach Thea? Nach dir kommt Meister und dann kommt Großmeister und dann Top 500. Boah, ich dachte, du wärst echt gut. Ich bin echt toll von dir. Es ist doch voll gut, es ist doch gut. What the fuck? Ja, easy. Ich bin gut in Rainbow Six. Gut, dass du das. Hallo? Hallo, ich bin Platin in Rainbow. Ich höre dir gar nicht mal zu, Alter. Da kommt nur dir. Ich höre nur so einen Gepiepel in der See. Ist das bei dir auch so? Ja, ist ganz komisch gerade. Ja, weißt du was? Umbeheuler. Gerade, wenn das Café so ausschlägt. Thea, weißt du was? Du weißt doch, was ich eben gemacht habe. Genau das kommt gerade mir. Dieses Geräusch, dieses ganze Zustand. Nee, nee, nee. Ich bin mir so scheiße. Was ist das? Ja, das macht sie immer. Dann macht sie so ein Geräusch eigentlich so. Ich bin hier. Ich sag nichts. Aber wenn ich was sage, dann gehe ich verlaufen. Ich fiel ja auch. Oh, im Heul gleich. Das Feinlassen einer Palette betäubt den Killer kurz. Geil. Bei der Partei ist gerat aus der Heilung, der Sabotage oder der Aufführung eines schwierigen Internationen mit einem Problem, der eine Tonbereicherung, bevor ein Penker sich herausgeführt wird. Okay. Wann hieß du mal in Deutsch? Wollte ich nicht. Ich muss es schnell lesen, weil es ging fast weg. Und dann habe ich gedacht, nuschle ich mehr, damit ich mich weniger verlese. Das ist schlau, schlau. Das finde ich gut. Ja, ich kann auch die ganze Zeit meinen Mund so ganz weit aufmachen. Ja, muss doch die Cam anmachen. Sieht auch gar nicht behindert aus. Sieht lustig aus, bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Ja. 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 Komm jetzt Zeichnung an. Zeichnung? Zeichnung von komischen Menschen, die ich nicht kenne. Ja, ich gehe mal wieder auf. Deviant Art. Ja. I love it. Oh, es geht los. Wann, der ist auch mal in der Tastatur gefallen. Super, ich habe mich voll erschrocken. Sorry, tut mir leid. Oh, wie sweet ist das denn? Was denn? Guck mal, das Bild. Ich poste es extra in den Twitch-Chat, damit alle sehen können. Oh, das bin ich fucking, fucking, fucking. Keiner bewegt sich hier, Leute? Ich bewege mich. Ja, das war der eben auch. Hat dich angeguckt, bewegt sich nicht. Ist hier irgendwo ein Totem? Oh, hi. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich gehe mal am besten woanders hin, Leute. Warum? Warum? Weil alle hier sind. Auf die schwarze. Oh, shit. Was? Du hast schon mal andere Richtung langgegangen. Ah, shit. Wer ist es? Jägerin. Äh, 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 äh. Die Hundretz. Oh mein Gott, sie wusste ganz, dass ich hier bin. Ich bin tot, weil ich gesprungen bin. Geil. Ich dachte, sie hat mich nicht gesehen. Oh, Dwight, Dwight. Der Flashlight Save and Dwight is coming. Aber er kommt zu spät. Ich gucke auch gegen, sie guckt auch gegen die Wand. Wow, Dwight. Das ist gut. Danke, Dwight. Danke, Dwight. Du liegst jetzt. Du liegst jetzt. Halber Euro. Oh, hat mich fast freigewickelt. Nur fast. Ah, Dwight ist einfach so... Dwight sag ich schon. Jack ist zu fett. Man kann sich mit ihm nirgendwo verstecken. Das bringt einfach nichts. Hallo, Jägerin. Ich fahre mal jemand ab. Da ist nichts gegen, oder? Okay. Danke, tschüss. Okay, tschüss. Davor lassen wir mal zu Ende machen. Äh, du warst schön, dass ihr jetzt herkommt? Nein, nein. Okay, dann kommt sie halt nicht her. Okay, dann machen wir halt zum Jön. Okay. Ich hab mich nicht gesehen. Niemals. Ich hab mich nicht gesehen. Nein, ich hab mich nicht gesehen. Wow, sie kann halt wirklich mit den Echsen nicht umgehen. Ähm, wo seid ihr denn? Ich hol den an. Wow, drittags. Wo seid ihr denn? Seid ihr gerade bei dem Jön hier, der gemacht fast fertig ist? Versteht mich hier ganz so ein bisschen. Aua, ich bin hier. Ich höre mich jetzt zu Ende. Hebe mich auf. Ja, hebe mich auf, Schnucki. Hä, bist du tot? Sie bewegt sich. Sie guckt mich an. Jetzt hebe sie hier auf. Oh mein Gott. Ich bin so ein... Kackbratze. Ich mach nie wieder mein... Nie wieder. Ich bin so ein Kackbratze. Ich mach mein Scheiß-Strike, wenn der in der ersten Hälfte ist. Ich bin so ein Kackbratze. Benutzt du normal eigentlich hart im Nehmen? Nö. Benutzt du normal hart im Nehmen? Nö, mein nicht. Wow, ich bin in der Sackgasse. Hier bleib ich jetzt für immer. Hello from the other side. Bin hier nicht. Oh Gott. Nein, ich bin hier nicht. Nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich bin so scheiße. Skatechecks sind am Point, Bitch. Ja, sind sie auch. Ich hab grad voll nicht drauf geachtet. Und dann kam der so schnell. Egal. Ich lebe mit meiner Verpeiltheit und Dummheit. Damit können wir nicht leben. Ja. Ist okay. So. Achso, ja. Ich würde sagen, die Runde ist genau hier vorne, wo der läuft. Danke. Ich bin gleich eh tot. Doch nicht? Ja, sie kommt zu euch. Ja. Bitte nicht ich. Bitte nicht ich. Ich will noch ein bisschen weiter leben. Wo ist sie denn? Kein Plan. Möchtet irgendjemand heilen? Bist du denn hier bei uns? Das ist eine Kiste. Für die Kiste. Ist nicht schlau, aber ich tue es. Ja. Manchmal muss man auch dumme Sachen tun. Ich tue es. Manchmal. Ja, auf jeden Fall manchmal. Auf jeden Fall. Lass uns mal ins Häuschen gehen. Ich will. Danke. Hey. Heil mich. Danke. Ohohohoho. Danke. Das Window ist doch offen. Das war bei Ims. Wow. Hä? Warte. Sag mir nicht, dass ich wirklich so dolle gestört bin. Lass ich es nicht. Oh mein Gott. Wow. Dann habe ich nur das Erste. Egal. Guck mal, Thea. Ich hoffe, sie kommt in die Ecke und platzstellt die Axt ins Gesicht. Das war voll lustig. Guck mal, wie ihr Hemd abgeht. Wow. Hast du gesehen? Ich habe die Party gemacht. Von wegen, Sackgasse. Ja, lass mich doch ein bisschen derpyhub sein. Ja, einmal bitte den Scalecheck verkacken. Warum? Nein. Ja, um die abzulenken. Warte, wir sind gleich fertig. Die ist doch voll weit weg. Die ist doch voll weit weg. Sie war gerade auch da. Die ist da ganz hinten. Auch da ganz hinten. Dann gehe ich mal woanders hin. Ist irgendwo hinten noch ein Generator? Komm mir links. Komm links. Komm links nach links. Links nach links. Okay, Bruder. Ja, komm. Sprint. Hier ist ein Jane. Sprinte. Easy. Fuck. Fuck, du Buddyblocker. Alter, was soll das? Ja, ich habe halt schon ausgeholt. Äh. Äh. Ja, Thea, magst du denn sie körpern an einer geredet werden? Was? Oh ja. Oh ja. Guck mal, da hängt sie. So fiebig. Ich würde sagen, wir lassen sie erst mal da hängen, oder? Gut, dann mache ich noch einen Fluchtversuch. Nein. Die verfolgt gerade den anderen. Ja, meinen Jen und dann kommt immer. Wenn du das sagst, okay. Ja, ist in der Glück Zeit. Ja, hat sie das? Ja. Hat sie das? Ja, ich bin Boost. Hier siehst du. Gut, dann mache ich den nächsten Jen irgendwo hinten beim Bus, oder so. Ja, genau. Boah, Jake, du bist so schnell. Oh, toll, dass du genau hier bist. Verpill... Da, da, da. Er liegt genau neben mir. Geil. Ist er tot? Ja. Okay. Was kannst du überhaupt? Ich dachte, du stehst drauf. Oh, hast du sie geschlagen? Nein. Warte, ich helfe. Ganz ehrlich, ey. Geh weg. Ich hoffe, ich sterbe jetzt. Komm, das kommt nicht hin. Nö, 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 ich glaube nicht. Hm, glaube ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe Sprintblut. Bin weg, ne? Ich habe gar nichts. Und den teert auch ein Sprintblut, also Rattel, der spürt. Jake! Meiner hat sich die Fall nicht an. Tschüss! Durch, was seid ihr für Bock? Ich habe doch durchgezogen. Ja, du! Ich nicht. Oh, da liegst du. Ich habe doch nicht durchgezogen. Oh, okay. Ja, lass dich auch folgen, bitte. Ja, what the fuck. Oh, Leute, hallo. Easy. Oh, sie nimmt dich nicht, auch mal. Kann mir doch fast neulgehalten, bitte. Oh, hol die Äxte, ja, hol die Äxte, ja. Hol die Äxte, Schnuggi. Danke. Bitte, hab dich gern angefasst. Ja, das weiß ich doch. Was? Wow! Das war knapp. Was? Was? Hallo. Jod, Ness, ich kann dich heilen. Wo bist du? Du bist doch hier gerade beim Jen, ne? Ja. Äh, hä, wo denn die? Die liegt an der Wand. Oh, die ist hier. Fuck. Geh ich zu unserem Jen da hinten. Heißt du? Ja, ich halte dich mal kurz da. Hä, ist sie doch nicht bei euch? Jetzt nicht mehr, ne. Äh, nicht mehr, ne. Ach, sie ist hier mit meinem Jen schon wieder. Oh. Ich glaub, sie will nicht, dass wir hier machen. Was? Ich bin so gut versteckt. Wir hatten gestern Abend, haben wir doch gedacht, wir machen noch eine Runde. Ja. So vorm Einschlafen, mhm. Dann hatten wir einen Doktor, das war die nervigste Runde von allen. Er hat diese, er hat Überladen gehabt, er hat diese Präsenz gehabt und dann noch irgendwelche lila Add-ons und so eine Scheiß. Oh. Wir mussten nur einen Jen machen, das war so nervig, weil er nur die Jens abgegangen ist, ne. Am Ende hab ich mich umbringen lassen, weil es einfach nur noch langweilig war. Ich mein, das ist kackt, weil sie hier noch irgendwo einen Jen, die patrouilliert da hinten voll die ganze Zeit. Ja. Ist hier in eine Ecke, irgendwie einer? Bitte. Der nicht so offensichtlich ist. Ja. Ähm, ähm, Kilarin, hallo? Die werfe dich. Vielleicht hat sie mich gesehen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat sie mich gesehen. Ich geh mal zum Jen, ne. Der fast fertig ist, ja. Au. Äh, sie geht. Naja, der ist wieder ganz schön. Aua. Der war fast fertig. Manu. Der war echt fast fertig. Nur weil Ness weggelaufen ist und nicht durchgezogen ist. Ja. Nicht immer, nicht immer meine Schuld, ne. Meistens. Ja, okay. Jagt sie dich? Nö. Achso, okay. Meinerselfte. Ich bin ganz hinten bei dem Ausgangstor da. Ja. Nebst du noch Thea, ja, ne? Ja. Okay. Und wo kommt denn die andere? Interessanter Dialekt. Die andere, Thea? Ja, siehst du mal, ich hab doch gesagt, du hast ein Dialekt. Hä? Was hab ich denn gesagt? G'sagt? Was hab ich denn g'sagt? Hä? Ich weh's nicht. Eee. Mein Jen ist das fertig und sie kommt grad zu mir gelaufen, aber vielleicht zieh ich den durch. Ich glaub ich, dass ich den... Mal gucken. Ne, ich hab ihn nicht. Fuck my life. War ein Spiel ja grad so ein bisschen geleckt, aber sonst geht's gut. Gleich kommt ne Axt geflogen, ich sag's dir. Ja, das wär lustig. Woo! Wir machen den Jen hier, dann gehen wir zum Nest-Jen. Ja, hier, ganz hinten, genau, der ist... Ganz hinten. Nein, nicht gegentreten. Nein, nicht gegentreten. Wow, der hier ist halt... Manu, warum lässt sie uns nicht die coolen Gents machen? Sie kommt immer in den richtigen Augenblick, ne? Ich bin tot. Bist du tot? Ja. Der hier beim Ausgangstor, sie wird die ganze Zeit bestimmt hier rumlaufen, weil sie weiß, dass der gleich Betty ist. Sie kommt in eure Richtung mit mir, also. Ich hänge es auf der anderen Seite von dem Blaster, also. Diesmal zieh ich das aber durch hier. Hoffe ich doch. Aua. Ja, mach ihn, mach ihn, mach ihn! Ups. Oh mein Gott. Hast du ihn blockiert? Nein. Ich hab den Skillcheck verkackt. Der hat den letzten Skillcheck verkackt. Oh mein Gott. Oh verdammt. Könnte schön. Oh mein Gott. Au. Das war gut. Oh Gott. Hat sie Barbecue, ja, ne? Ähm. Ähm. Nö. Ich hab übrigens Liegenlied gehabt, nicht vor ihm. Monströser Schrein. Beflüstern Pürscher. Du schaffst es. Oh fuck. Easy. Noch lebst du. Ja, ähm. Oh, da ist ein Paletti. Kommst du? Du komm doch! Ich dachte, sie geht rein. Ich dachte, sie wäre so schlau. Mir auch gedacht. Also mach ihn zu mir. Warum holst du ihn? Keine Ahnung. Das Strike hast du ja schon benutzt. Ja. Ich hab meinen Strike schon benutzt. Hä? Hm. Hä? Hm. Komm, die Luke. Nee, nee. Sie hat einen Haken besucht. Mhm. Vor allem. Ah, Ripp. Schön. Ja, war eine gute Runde. Von Sachsen-Anhalt. Nö wie. Servus. Das heißt, aus Sachsen. Ah, Juck. Hört sich mal. Aber ist okay, du bist ein bisschen ausziehen. Du bist ein bisschen ausgedörten, das. Alter. Ach ja. Ich stehe irgendwie auf die Smilies. Hast du sie selber gemacht, oder? Gestohlen. Na, es hat sie gestohlen, ja. Ja, das weiß ich. Weißt du, was du gestohlen hast? Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, den Kitzelman. Der Kitzelman. Die, oder lädt mich hier noch ein? Mhm. Nein. Mhm, nur Alive. Okay. Ja, okay, doch. Der Laut hat nur Alive. Nö, das drehe ich nicht mehr. Diese Zicke. Ich drehe am Rad, pass auf. Was spielst du denn? Was willst du denn spielen? Hm? Was kommt denn beim Rad raus? David. David, ja. Oh mein Gott, nein. Ich kotze gleich. Ihr habt noch seine Purs. Ja, die spiele ich aber nicht. Oh Gott, was nehme ich denn mit? Äh, baue Time. Selbstfürsorge. Nur Scheiße. Hat im Nehmen und... Habe ich nicht mal Selbstfürsorge? Hm. Und... Doch, habe ich. Hat im Nehmen. Nimm einer von uns den Strike auch noch mit? Nimmst du den Strike mit? Ich bring keinen Strike mit, nö. Ich verkack den sowieso. Ich kenne mich. Ah, der nehme ich auch keinen, glaube ich. Habe ich eine Taschenlampe? Oh, komm, machen wir mal eine Taschenlampe. Ich nehme, wer ich so kassel-Bit. Bereit? Ich habe gesagt, bereit. Bereit? Bereit. 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 Ich habe noch gar nicht... Fabi. Was ist mit Fabi? Fabi, Fabi. Hast du das Bild gesehen? Voll geil. Habe ich gerade alles aufgeklickt. Ja, sieht gut aus. Ja. Hm. Von wem ist das? Warum ist das so? Kein Plan von mir. Das ist aber von Kate Fox. Was hat Kate Fox denn noch so für Fotos? Ich glaube, sie macht viele Füchse. Sie macht Füchse? So beruflich, oder? Ja, sie weidet die aus, was? Armtiere. Oh ja. Was? Was? Okay. Und ist denn der Justin mal wieder da? Nee. Nee. Justin. Nie wieder. Okay. Wir hassen Justin jetzt. Ist okay. Welcher Justin? Mutter. Ehrlich, welcher Justin? Justin. Wow, sie hat halt schon jemanden vergessen, wenn sie den Eintag besieht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und ich werde wahrscheinlich nachher nicht wieder streamen, aber halt ja mal gucken. Ich muss bei dir auch eigentlich mal wieder vorbeischauen, aber ich habe allgemein nicht zu Streams geschaut, deswegen. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Schaut mir keiner mehr zu, dass der Spiel richtig gut kann. Das ist nämlich immer Rang 1 und das wäre gut. Sonst fühle ich mich schlecht. Okay. Natürlich bei dir auch, also, ne? Ja, natürlich. Und mit David, das wird doch nichts. Ach, warum können so viele Menschen so gut zeichnen? Wieso kann ich nichts, Alter? Du kannst CBD spielen. Selbst das kann er nicht. Wenn er sich anstrengen kann, das wäre gut. Lass mich nett sein. Ja, wenigstens einer ist nett. Ja, das darfst du. Thea ist immer scheiße. Danke. Bitte. Wow, warum werden wir schon wieder hier haben? Ich habe irgendwie Lust auf das Krankenhaus. Oh mein Gott, hier ist eine Kiste. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe gleich die übelst krasse Taschenlampe, die ich nicht benutze. Hörst du die Kettensäge? Hörst du sie? Oh nein. Die ist an mir vorbeigefahren. Nein, nicht zu mir. Bitte, 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 bitte. Nein, er ist genau hier bei mir. Fuck you. Okay, ich habe nur eine Scheißteile. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat genau auf mich geguckt. Hm. Er hat genau bei mir gestoppt, aber hat sich nicht zu mir gefühlt. Oh mein Gott. Er live hostet mich. What the fuck. Dankeschön. Was für eine Ehre. Oh mein Gott, danke. Krass, dass wir ihn sehen. Nein. Das habe ich rausgetapult. Live hostet mit null Zuschauern. Dankeschön. So hoste ich dich nicht. Ich habe einen Zuschauer mehr bekommen. Das ist dein nullter Zuschauer. Danke. Es schaut sogar jemand aus meinem Freundeskreis geradezu. Oh, hier ist dein Turlem. Mach's mal. Ich glaube, er kommt direkt zurück. Er ist direkt hier. Der Turlem ist bei dem Haus. Bei dem Haus? Ah, hi, da bist du ja. Ja, da bist du ja. Auf welcher Seite? Bei dem Haus direkt in der Wand, oder? Nein, aber den ganzen Scheiß. Ah, hier. Ich mach's. Sieben Zuschauer. Oh mein Gott. Geh doch noch langsamer, David. Warum gehst du nicht noch langsamer? Boom. Du hast ja nicht was passiert ist. Hey, wo hast du das gemacht? Hä? Wo hast du das gemacht? Ich hab dir einen Toten gemacht, also. Ja, wo? Er ist auf der anderen Seite. So, dann liegt das so. Das ist so nervig manchmal. Oh, du hängst. Ja, ich hänge. Ja, er kam geschlagen um die Ecke und hat um zwei Ecken rumgeschlagen. Geil, ne? Was? Er ist so ein Wichser. Kommt jemand zu dir? Ja, der kaum schwulet weit. Ja, oh. Oh, wenn er wieder kam. Ja, das muss ja nicht weh. Oh, ich hab zwei Geilo-Addons auf meiner Füße drauf. Oh, Bill, hör doch auf zu tunnen. Oh, du kleiner Hurensohn. So, Mann. Oh, du. Salz kommt schon wieder. Es kommt wieder. Bitte, ne, ich bitte. Alle neun Zuschauer, ich bin salzig, es fackt. Solange nur das kommt. Ja. Salz. Bill, ey, du bist so ein... Salz für... Und? Ich bin richtig 3, Bill, aber ich kann gar nichts. Nö, ist lustig. Weil es war es. Ja, das ist lustig. Dieses Spiel, Alter, dieses Spiel. Ich hoffe, du hättest es auf YouTube hoch, damit alle sehen, wie salzig ich werde. Wenn man mir auf den Sack geht. Oh, er ist wieder bei dir. Nee, er ist in der Nähe. Ja, du hattest jetzt wieder ab. Macht er das? Nein, er wird gejagt. Kann ich dich retten? Ja. Sicher? Ja. Okay. Hast du gesagt. Tschüss. Äh, ich dachte, du haltest mich, okay? Nee, weil er hier ist irgendwo. Ja, er lässt dich beidenken. Achso, Gott! Gott! Ich hab ihn gar nicht gesehen. Wie sie... Ich bin's wieder so richtig behindert heute. Weißt du, ich steh da und er läuft mir vorbei hinter dir her, weil er glaub ich, weil er wirklich dachte, dass du nicht bist. Alright, heilig. Ach, er ist immer noch hinter mir. What the fuck? What the fuck? Ja? Er ist noch hinter dir. Danke. Bitte. Ich geh mal zum Haus. Hä, wo ist er? Hinter dir? Er hat... Nein. Er hat mich verloren. Er hat nein? Er hat mich verloren. Er hat neid. Er hat neid. Oho. Schön. Ich würde sagen, wir machen hier den anderen Jet auch noch. Nee, 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 nee. Wieso? Ich wäre dumm. Hey, hast du hier schon... Hast du hier schon einen gemacht, oder was? Ja, darum. Wir machen jetzt auf der anderen Seite welche und dann hat sich das... Ähm, okay, ich mach... Am besten den in der Mitte noch irgendwie machen, aber da will ich jetzt nicht hin. Was machst du da? Nein! Ich kann mich nicht mehr, gerne. Du bist so fett, Thea. Du bist so... Boah. Um meinem Arsch zu riechen. Was? Geh mal weiter hinter. Okay. Was? Ich denke, ihre Nase ist immer ein Arsch gefühlt. Er macht das nicht eh immer. Er macht das nicht immer. Das ist nicht tätig. Nein. Schön. Okay, Dwight, wenn du hinfällst, ich bin da. Ich bin dein Retter in den letzten Tagen. Aber... Okay, bin ich nicht, weil ich in die Wand gucke. Das machst du gerade, Jen. Ja. Auf der ganz anderen Seite, neben dem... Okay, dann mach ich den hier noch fertig. Und dann... Ja, meiner ist gleich jetzt. Ich bin fertig. Ich... Oh! Okay. Okay, du bist so deppert. Für einen Moment hab ich überlebt, ich disconnecte. Aber da dachte ich mir so, wir nehmen ja auch. Das kann ich nicht tun. Wir... Wir streamen. Mhm. Das ist gleich schon woanders. Ähm... Wie weit bist du denn mit deinem Jen? Äh... Äh... Ein Viertel. Oh ja, Mori. Ein Viertel? Mori, mich. Oh, er... Oh. Da, wo ich liege, ist die Dazenlampe. Ich glaube, ich will da nicht hin. Ich hing schon. Ich will hier keine Ahnung. Aber wir müssen O retten. Eigentlich. Ja. Aber auf jeden Fall auch schon Jenny hinten fertig und dann... Dann komm ich. Keine Sorge, O, du bist gerettet. Oder auch... Ruin, Barbecue, Chidi, beständig Erregung. Mori für alle! Bitte rät ihn. Mori für alle. Mori für alle. Bitte rät ihn. Bitte rät ihn. Hat ihn. Mori für alle. Bitte rät ihn. Rät ihn. Rät ihn. Ja, ich lauf gerade. Rät ihn. Ich bin in der Sackgasse. Ich bin in der Sackgasse. Ich kann nicht... ...ausweichen. Mori für alle. Mori für alle. Er läuft durch uns aber noch nicht, ne? Schade. Äh... Der App, wer was? Was ist denn? Nix. Ich soll ihn nicht heilen, okay? Er geht in den Schrank, okay. Ich hatte dich, Darling. Ich hatte dich nicht, Darling! Nein! Oh mein Gott, das war so knapp. Wow! Herbert, rette ihn! Herbert! Sieh mal nicht. Herbert! Er traut sich nicht. Er ist noch verletzt. Er kriegt ihn eh nix, wenn er von der Kettensäge gepasst wird, dann. Oh. Hi, Billy! Mir egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Hm. Ich glaube, ihr könnt mich nicht mehr holen. Macht bitte den Jen weiter. Neh mich! Genau, nehm mich. Komm mit, komm mit. Genau, und jetzt rette ihn. Sie. Nein! Shit! Rette sie trotzdem, rette sie trotzdem! Ich wusste es. Ah! Warming, weil er tunnelt. Au. Ist doch egal. Punkte gesnackt. Aber jetzt werde ich gemurriht. Wir alle werden gemurriht! Warte, ich wieder zu, komm zur Party. Geil, Muri. Muri. Guck mal da, der erste. Oh ja, die Ketten, wie schön. Ja, schön zwei Meter nebendran. Okay. Ja. Ich will auch, ich will auch. Komm näher zu mir. Geht nicht, er murriht mich vorher. Ich will das sehen. Nein, au. Ich will das auch sehen. Ich will das sehen. Warum? Das warum? Warum macht er das nicht bei mir? Hing ich denn noch? Ach, ich hing noch gar nicht. Hä, what the fuck? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, what the fuck. Ich dachte, ich hing schon mal. Was? Sorry. Hoppla. Wie komme ich denn darauf? Oh, der Arme, er konnte nicht alle murrihen. Oh. Oh no. Der Arme. Was will er, hä? Hä? Girl Gamer, make sense. Hä? Okay. Meint er Thompson oder meint er uns? Ich weiß es nicht. Salz! Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich meine von fettes XD. XD Leute! Hallo. Sie. Sie. Manche Fotos hier sind komisch. Du bist auch komisch. Wer hat ein komisches Foto? Oh, oder was? Nee, nee, ich meine, ob der DeviantArt seid. Ach, er ist deutsch. Ach so. Hast du schon ein Lobby? Nein, ich finde es gerade lustig. Er schreibt nämlich, dass der eine mehr Übung braucht, weil er ist nicht so gut. Also, der Killer schreibt das zu dem Oh, weil er meinte, oh, Girl Gamer, make sense. Ja. Ach, schön. Ich hoffe, er meint ihn und nicht mich oder sie. Nee, mich meint er. Mich meint er, mich meint er. Bestimmt. Bestimmt weiter dich. Ja. Ja, warte, ich dreh das Rad. Und jetzt kommt... Ace! A, C, E. Du hast ihn gar nicht, ne? Dann, dann dreh ich für dich. Mach mal. Du bekommst... Lobby hast du auch nicht. Nö. Warte. Äh, Lobby noch mal. Nee, warte, warte, warte. Ace! Warte. Wow. Warte, gleich haben wir jetzt. Mac. Ja, okay. Kann ich mit leben? Äh, was nehme ich denn hier von mit? Pff. Harte, ich habe einen Partyluftschlangen bei ihm. Schön. Geil. Cool. Mac. Maggie Mac. Maggie Fett Matt. Matt Fett. Matt Fett. Maggie Fett Matt. Matt Fett. Geil. Ich höre Musik. Mach das. Und, und was ist mit Thea? Thea? Was? Thea macht nichts. Was mache ich? Wo? Sie ist einfach da. Sie ist einfach da. Oh. Ah. Oh, das ist einfach ein schönes Typ, was ich gerade höre. Mit schön rumges... Das ist ja nicht... Tattoo. Ich bin raus. Ito. Na, sie bist raus. Ich auch. Na, komm, warte mal. Tschüss. Ist shiny gerade. Ja. Und bereit. 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 Ich glaube, ich muss nachher einkaufen, wenn Hendrik da ist. Oh nein. Geil. Ja. Viel Spaß. Danke. Viel Spaß. Diepas. Oh leh. Bebelelelele. M-m-m-m-m. Ich brauche eigentlich noch einen dritten Bildschirm. Und wenn ich irgendwas mache, habe ich mal nebenbei auf meinem zweiten Bildschirm wie ein Video. Aber wenn ich irgendwas mache, brauche ich daneben noch zum Beispiel irgendwas einstelle für den Streaming oder so, brauche ich noch auf dem zweiten Bildschirm, weil der eine ist zu klein und so. Und deswegen brauche ich drei insgesamt. Ach so. Ja. Genau. Geil. Oh, du hostest mich. Dankeschön. Geil, danke. Geil. Ich weiß, hab gedacht, als er live kann, kann ich viel lange. So schön. Geht die Cam nicht weiter runter, weil mein Gesicht ist kaum drauf. Also, oben ist noch so viel Platz. Was? Wer hat, war das gerade gegen, war das, was war das? Was, was, war was? Nein, das eine Reagenzglas, war das matt oder, oder, oder klar? Ich weiß es nicht mehr. I'm sorry. Toll, ich dachte, wir waren Freunde, ne? Ja, dachte ich auch. Sollte nicht. Ich hab keine Freunde. Wir sind Feinde, ehrlich gesagt. Kleinde. Kleinde sind die richtigen Feinde. Feinde. Na toll. Oh la la, what is this? Ich muss meinen Lied auf Stopp machen. So. Aber jetzt geht die Runde los. Ja. The round goes, goes los. Was? Ich bin neben, neben Jake. Und neben dir. Neben mir? Nein. Ich bin dein Butler. Nein. Rippen. Richtig, Rippen. Ja, du bist mein Butler, schön. Endlich hab ich mal jemanden, der, der mich, äh, spät. Winston. Ah, Mann. Tschüss. Oh, hier ist ein Totem, ihr. Ah, du verpiss dich. Hast du gesehen, hinten bei dem Holzdinger, da ist das Totem von ihr. Mhm. Okay. Weiß nicht, wo sie war. Halbzeit versteht mich, aber sie sieht mich von der Seite total gut. Geil. Ja, also bei dem Holzdingern, da ist das. Ja, ich mach die Totem, also. Ui, ach so, sie ist schon soweit. Wupsala. Oh Gott. Huppala. Ich kenn's immer noch nicht bei ihr, ne? Ja, das ist ja auch, wenn die... Oh shit. Der, der, der Omaßing spielt. Mann. Egal. Ist ja nicht schlimm, wenn man ein, zwei Killer nicht, also überhaupt nicht kann. So, 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 überhaupt nicht. Ähm, Hust, Hust. Überhaupt nicht. Aber diese Ausdrehen von mir, ich weiß, schlimm. Ja, von anstrengend, würde ich sagen. Ich weiß. Ich hänge direkt beim Ausgangstor, also. Macht mal hin, dann kann ich bald raus. Ihr kommt direkt zu dem, wo der Generator fertig gemacht wurde. Ja, das dachte ich mir. Da ist, äh, sieht's mich, hat's mich gesehen. Oh, ich glaube schon. Ding, ding, ding. Jake kommt. Ah, da wolltest du, ne? Da wolltest du. Jake. Ja, sie kommt zu euch. Okay. Oh, wer macht denn da einen, Jen? Wer macht denn da einen, Jen? Sie hat Jake. Ich hab jetzt Jake. Ja. 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 Aber übrigens, danke, danke, Jake. Das ist nett von dir gewesen. Dü, 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 dü. Ist dir überhaupt irgendwie ein Generator? Okay. Warum lachst du? Hm, du so. Er hat, äh, du siehst hier Sachen gemacht. Hallo. Er hat ihren Körper sexy in und her bewegt. Ah, Glück war das nur der Ingame-Körper. Na ja, in echt, da kippen die Männer immer umreinweise. Nee. What the fuck. Oh. What the fuck, Leute. Was denn? Nichts, ich wollte nur what the fuck sagen. Ich mag das. Aha. Du magst das Wort. Ich wollte ganz ehrlich, ich mag das Wort, what the fuck, ja. Tolles Wort. Mann, Jake, verpiss dich doch, ganz ehrlich. Ich bin immer da, wo, also er ist immer da, wo ich bin. Ist ein bisschen anhängig. Ich bin nicht dein Butler, okay? Ich komme jetzt zu euch. Ja, das ist schön, da, wir wollen eigentlich auf die andere Seite, weil hier sind alle Gems. Ja, aber hier ist noch einer. Ja, aber dann haben wir nur noch da hinten welche. So cool. Da hinten noch zwei. Oh, hab ich erschrocken. Wow. Hoppala. Hä? Du wolltest da ja unbedingt hin. Hä? Was? 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 Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab's nicht gesehen. Du wolltest unbedingt da hinten hin. Spiel, Alter. Weißt du, sie hält diese Hand, ne? Und damit kann sie sich ja herinnern, wie lange sie es auflebt. So weiter teleportiert sie sich ja, ne? Sie hält es, drückt die ganze durch, ne? Teleportiert sich dann, also müsste sich überweit weg teleportieren. Teleportiert sich ein halb Meter direkt vor mich. What the fuck? This game is so buggy. Hm. Das stimmt. Ich komme und renne dich. Nein, doch nicht weiter. Ja, hinter dir ist jemand. Nein, das bin ich ich. Ach so, Jake, komm. Hat das wirklich gemacht? Ich bin extra umgedreht. Sie will auch noch mich. Komm, Tunnel. Fühne ich hier in den Taschen, aber ich werde es versuchen, wirklich. Ich wünschte, ich könnte Jake flame. Ach ja, kann ich ja gleich. Warte, vielleicht hat er sogar den Perk, dass er Leute retten muss. Wenn er den doch hat. Oh mein Gott, ich hasse mich so sehr. Willkommen zu dir. Skitchat Megarat. Wie dein Name an der Tür. Hui. Oh, da kann ich mal E-Mails checken. Ja. Kann man ihn mal retten? Ja, bin ja schon auf dem Weg. Und der Drak auch noch. Ich bleibe hier stehen. Hier halte ich mich allein. Lalalala. Komm her. Ja, schlag mich. Stehe ich drauf. So, den letzten Jinn. Bitch, you. Bitch, you. Komm her, Phil. Hier, wo du beim Haken warst. Da ist ein Jinn. Ja, ja. Nice. What the fuck? Sie kann aufhören zu supporten? Seit wann? Eigentlich nicht. Eigentlich kann sie es für mich nicht. Das hat sie bei mir auch gemacht, ja. Ich meine, sie kann es nicht. Ich kann es nur nicht, wenn ich sie spiele. What the fuck? Warum geht das? Das hat mich gerade mega erschreckt. Ich bin direkt hier beim Haken. Also aufpassen, Leute. Ich hänge direkt bei euch. Ja. Mindestens könntest du sie ein bisschen ablenken. Ja, ja, ja. Ja, kommt direkt zu euch. Natürlich hat sie mich hier in der Ecke hier gesehen. Ja. Obwohl es eigentlich unmöglich ist, Claudia zu sehen, ne? Ja, ja. Drum. Ja, ich würde gerne messen. Okay, dann kommt die andere schon. Oh, hat sie aufgeteilte Hoffnung? Nein, wieso? Achso, sie hatte... Achso, ich dachte, du warst gerade noch nicht verletzt. Alles klar. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, super neu. Ich geh mal weg. Hallo, willst du mich abfahren, du Huso? Ach, Jake? Ja. Jake, was machst du? Jake, ich bin... Keiner sieht mich hier. Oh, Jake... Was macht er denn? Ja, äh, er steckt seinen Finger in meinen Arsch. Oh, was ist das? Ja, du... Was? Wirklich gerade. Ah, schön. Jake, verpiss dich. Ach, Mann. Wie bist du denn... Ich mach jetzt mal in Jenny hier. Warte, ich komm gleich zu dir. Jetzt kannst du ihn schon machen. Jetzt komm ich zu dir. Hey, mach doch erst mit den Jenny weiter. Nee. Das wär günstiger. Ja, anstatt den Jenny erstmal weiterzumachen, du... Voll Depp. Ja, ich geh mal zum anderen Jenny. Der hier von Nest ist auch genau so weit. Ja? Ja. Ja, ist halb. Komm dazu. Weil sie... Ja, sie kann's unterbrechen. Fuck off. Seit wann? Ganz ehrlich. Ich hab mich sonst umgekehrt. Was? Der Typ ist verletzt und lässt sich mal, ob er sich heilt. Ach, deswegen wollte er von mir. Da hat er seinen Finger in meinen Arsch gesteckt. Nein, leck mich nicht. Ich will dich nicht heilen. Nö. Ah, okay. Bitte macht erst ein Tor auf. Okay. Das rechte bei mir hier am besten. Ah, okay. Ja, ich geh mal da hin. Dann geh ich zum linken. Oder dass auch immer Jake macht. Ich weiß nicht, was Jake macht. Ich mach das linke auf und dann macht der jemand nichts. Sie kämpft halt jetzt so halb, ne? Nein, leider kann Bauer teilen, weil ich nehme mir das ja nicht mehr so wirklich mit. Ich hab's diesmal nicht mit. Ich hab's die ganze Zeit gehabt jetzt nicht. Ich spiel's auch Mac. Sie schaut jetzt. Nee, okay, die kommt wieder zurück. Wollte gerade sagen, ich gucke gerade zum rechten Tor. Ja, das Tor ist halb auf. Bringt halt nix, weil Jake sich auch nicht traut, irgendwas zu machen. Pass auf, wir machen das, wir machen das. Aus Abfarmen war nicht viel drin, ne? Versuch mal, ob ich sie vielleicht ablenken kann, dass sie zu mir kommt. Die kämpft halt extrem jetzt. Komm her. Putzi. Putzi. Schlumpf. Komm her. Es müsste eigentlich jetzt geschehen, Leute. Ich bin weit weg kreativ, aber ich weiß nicht viel mehr. Hi. Keine Chance. Und er wird... Wow. Nein! Warum stellt sich Jake nicht davor? Ja, keine Ahnung, weil Jake bescheuerter Typ ist. Oh Mann, ich dachte, es wäre jetzt voll die Chance gewesen, er stellt sich davor und easy. Aber... Du hättest auch zum rechten Tor ran können, das. Ne, egal. Geht zu meinem Tor. Mein Tor. Wer ist noch ein Totem, was ich eventuell machen möchte? Hm, hm, hm. Ich möchte es nicht machen. Ne? Ich hab grad eins gemacht. Ich bin rausgegangen, ich wollte nicht raus. Nein, mein Totem. Ja, Jake. Die gönnt sich jetzt noch eine Kiste. Nee. Gute Idee. Wird auch. Uah. Ne, er hatte nur widerstandsfähig, der Kleine. Hallo? Oh, ich hoffe, er stirbt. Nee. Wo gehst du hin? Da gehst du an ein Tor. Nee, gehst du nie. Ich höre hin. Da hinten. Seht ihr das? Seht ihr das da hinten? Du gehst zum Tor. Ey, geh doch zum... Geh da doch hin! Oh, ich freut er sich. Ist er draußen? Nö, aber er ist direkt beim Tor. Ja, geh ich raus. Er tanzt grad so ein bisschen vor sich hin. Kann sie mal hier hinkommen? Ich will auch die weg. Ja, sie ist so ein bisschen blind. Ach, Mann, dann nicht. Hier raus. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Man, geh doch einfach raus, Jake. Meine Fresse. Geh doch einfach raus. Ja, geil. 17.000 Punkte. Uuuh. Und jetzt mach ich die nächste Lobby direkt. Ja. Ja. Nice farming, Jake. Wieder ähnlich. Thanks for that body. Herzchen. Geh doch mal raus, Jake. Ich will es dir schreiben. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Trich mal das Rad. Bist du da? Bist du da? Mech! Mech musst du spielen. Ja. Hm. Spritboot will ich nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Oh, geil. Man kann sich hier seine eigenen Pokémon-Trainer erstellen. Wow, wo denn? Äh, hier. Wo? L-l-l-l-l-l-l-l-l. Wo? L-l-l-l-l-l-l. Voll cool. Kann man das speichern am Ende? Adobe Flash ausführen. Okay. trainer kreator ich bin die alle gleich oh gott dann wenn ihr sowas macht dann fragt bitte nur die wo wenn was machen wenn ihr sowas haben heute fragt dann macht das viel besser ich will es ja nicht haben ich finde es cool dass jemand das programmiert hat teilweise ja face klamotten ja das da und in der farbe ja hallo macht das wichser ein kleid ganz schön bisschen kleid anhaben hallo hallo was ja ja wer ist man kann nicht man kann ihm sogar verschiedene sachen anziehen pokémon ich will ein cooles pokémon und zwar will ich ein vogel ja ich auf jeden fall ein vogel der von meinem gesicht ist ja geil und dann möchte ich noch ein starter und zwar möchte ich kann die mani und dann will ich noch nach tarabit super und man kann sich ja voll viele pokémon kopf weil es steht richtig aber das denn ja ja man kann es dann speichert foto oder kann ich will ich machen ich muss ich gemacht und dann krieg ich noch ein minu und noch mehr auf meiner schulter und dann bin ich noch 1 2 3 4 5 ich habe ich habe ich habe das hinterher gefunden aber das kommt link öffnen wie meinte sie hatten knackarsch und nachdem weiß ich habe ich nie gesagt hat das nicht schlecht es ist okay es ist okay ja kann man nehmen ja jetzt nur frauen also jetzt beschämt ich jetzt nicht sagen aber aber ich habe noch zwei runden die schaffe ich und dann muss ich weg nee nee dann nicht okay ja da wollte ich doch hin wolltest du das habe ich leider keinen flink mit ja hier wollte ich hin vor ein paar stunden als sie doch geschlafen und ich mit der nurse oh nein das ist viel mit der scheißen ja die müssen ja richtig sneaky sein und totems machen die nicht da sind schmitty schmitty wer ist hinter mir hinter mir läuft ne mac ich nicht ich bin alleine mein zopf macht wieder irgendwie problem ich habe vielleicht ein fett royales problem warum weiß nicht nur so meine behinderte bitch ich wollte die kiste ich habe vergessen dass sie sich blocken kann gibt mir die tasche gibt mir die tasche ich hatte auch praktisch 1.000 oder aber das tisch 3.000 neben ist okay ich werde die taschenlampe ist sie noch bei dir die ich komme gerade zu euch hallo na alles klar bei dir verpiss dich doch weib 10 wund ruht wie gerade extra blockiert irgendwie ist es gerade lustig ich habe nichts hin oh ja 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 geh wieder zurück da wo die gerade im schrank war geht er wieder hin und zeig mal da drauf was hey 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 ich kann nicht ich kann erst wenn ich vorgeheilt bin ja ich geh zum keller ist er hier jeder typen was leben wo warum ja das war gut von ihr sehr schön sie geht in den gang lang rettet mich bitches es ist gut ich hab hier guck mal wie schnell es geht das ist eine blöde kuh ist eine richtig blöde kuh wir machen kein gen und machen gen ja nein nein ich kann aber abgefahren werden ja ich glaube ich schaff es nicht schatten ist dann egal für das schnappel dann war es schlecht ja wo der gelbe tasche muss halt die halbe tasche aber leer leuchten bevor der killer geblendet wird du bist du gern abfahren und ich glaube gleich los einer von euch hat sie keinen erst calling nein es ist sie für den nur sei oh ja mac mac ja ja ich hätte jetzt die palette rumgeschossen so dass die nicht mehr durchkommt zum ist totems bitte einmal medikit kasse mal neben mir was denn mach es doch mal ein plan für die points für die points und fass mich an was was hat die ruinert kein plan dann sind wir aber richtig behindert hui oh mein gott ich hab mich fast zu ende gehalten irgendjemand hat die palette da runtergeworfen neben mir irgendjemand ich weiß nicht nein ich bin hier hinten macht den gen ich bin tot würde ich auch abfahren aber ich kann es nicht weil sie das gemacht hat nice runde ja wahrscheinlich habe ich trotzdem genug punkte irgendwie so du hast du hast so viel gerettet 7.000 punkte müsst ihr eigentlich haben hoffe ich mal ich glaube ich habe voll wenig ich glaube ich habe kaum jemanden gerettet oh yeah lass mal gucken wie viele wir haben 8.000 ja ok 7.700 ja oh wow ich bin in die ecke gelaufen verloren nein ich werde jetzt sterben ne allein für 8.800 punkte was alle schon abgefarmt hier öhö öhö ich werde sterben hallo eigentlich hat die so schlechte perks aber sie ist prestig irgendwas also bitte du hast die kiste wo alles angefangen hat dort sterbe ich oh du hast hier links den perk drin hä den perk das alle sehen ja gold ne bringt ihr jetzt richtig viel ja hast du nicht hin ach sie hat eine grüne Taschenlampe da raus bekommen und damit hat sie nicht gebraucht die was zu retten heil mich bitch lass mich heilen wenn du willst ja mein Hintern mhm oh geil ich kann mich noch selber heilen mhm nice points mhm ja 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 also war die luke ja man mhm ja ja ich glaube ich habe erst einen gerettet vom Haken und sie hing glaube ich auch schon zweimal dreimal jetzt ja ja sie ist tot mhm mach ich einfach hier einen gen und nimm die luke hahaha ja wir können jetzt einfach ein paar points hier ran falls du willst dass ich sterben werde ja wahrscheinlich schon jup 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 wow dann tschicht gehe ich genau da lang wo sie ist immer so jup 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 Komm her, Bitch. Töte mich. Du brauchst nur einen Gender noch. Easy. Wow. Ja, ich lasse mich jetzt auch töten. Wenn sie nicht herkommt, okay. Ja, komm her, ich will sterben. Noch 1000 Punkte rausgeholt. Du 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 du. Hm? Ja, das war gut, ja? Ich glaube, du bist tot. Ja, ich glaube auch. Ja, töte mich! Ja! Warte, ich krabbel noch weg. Mein Hintern! Da! Joa! Ach, schön. So, wie spät ist es? Noch eine Runde, mach ich. 17 Uhr 14. Noch eine Runde. Justin wollte gleich kommen. Toll. Ja. Toll! Interessante Runde. War eine gute Runde, ja? War gut. Wir fehlen 10 Punkte für den Pip. Geil. Okay. So, noch eine Runde. Eine Runde. War eine Runde. Hallo, Runde. Ne, 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 ne. Ja, schläft schon. Jetzt spiele ich Nia. Hallo. Hallo. Schläfst du schon? Nein. Oder wohnst du schon? Oh mein Gott. Oder wohnst du noch? Keine Ahnung, wie das heißt. Okay. Bindung. Bindung ist immer gut. Bindung ist gut. Bereit. Mhm. Ich krieg's nicht so. Ha! Ich bin ein Meister. Bereit. 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 M-ma-oi. Er hat White als Bild, also. Er spielt White, aha. Aha. Er kennt ne Muster. Oh yeah. Oh, mir ist warm. Ja, steht ein bisschen wieder heiß. Ja. Oh yeah. Ja, ja. Ja. Aha. Aha. M-ma-oi. M-ma-oi. Dann geht ihr ohnehin schnell vorbei, was? Ja. Geil. Gut. Ich bin bereit. Ich bin bereit. U-star. U-star. Wani. Wer auch mal das ist, aber ja. U-star. Kennen sie nicht. Ich hab jetzt drei Cent verdient durch die Loots insgesamt. Ja. Geil. Drei Cent, Alter. Drei Cent ist nicht schlecht. Also im März ist genau 0,0049 Euro. Besser als keinen Cent. Ja. Bin ich auch. Drei Cent können ganz schön viel machen, ne? Wow. Lieblings-Map. Und. Oh wow. Ach Gott sei Dank. Weißt du, diese. Habt ihr es mitbekommen? Hm? Mit dem. Was der Bundesgerichtshof gesagt hat. Ne. Dass Kunden. Also Frauen nicht Kundinnen angesprochen werden müssen, sondern es reicht, wenn man Kunden sagt. Also die männliche Frauen. Ist doch auch so. Ja. Aber viele Frauen regen sich ja wieder auf darüber, weißt du. Kundin. Ich bin weiblich. Ich krieg Sonderrechte. Oh. Wow. Sie wirft über mich. Sie wirft. Oh nein. Nervt. Oh nee. Wer ist meine Kiste schnappen? Ah ja. Die vierte Axt. Warum kommt sie eigentlich direkt zu mir? Sie mag deinen Hintern. Oh. Die Map ist eigentlich perfekt für Clodet. Mit dem roten Wald. Wenn hier der Keller ist, dann sage ich einfach nichts mehr für den Rest der Folge. Äh. Da ist der Keller. Oh. Ich bin fast frei. Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben so sehr. Sie hat aber Erregung. Seit wann gibt es Generatoren, die direkt an der Wand sind? Direkt an der Wand. Okay. Ich küsse nicht. Das ist jetzt gerade was. Oh fuck. Was neu ist für mich. Ähm. Ja. Kommt irgendwie mal zu dir? Ja. Äh. Äh. Ja. Soll ich loslaufen? Ja. Kannst du machen. Sie ist nach oben auf dem Schiff. Achso. Und sie wirft. Ist das hier ernst? Ja. Gut, das für eine schnelle Runde. Ja. Nice. Wo ist sie denn direkt? Ähm. Das ist die unten am Schiff. Jetzt ist sie beim Kleinboot. Unter den anderen entdeckt. Ich kann für jetzt einen Rund holen. Ich bin direkt hier. Ich bin direkt hier. Okay. Richtig heilen? Ja. Okay. Mir die Kasten. Nice. Da ist auch noch eine Kiste. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken. Sie kommt? Ja. Sie kommt. Hi. Na? Was geht denn? Nimm mich. Ja. Bodyblock. Bodyblock. Die muss ja durchlaufen. Du kannst ja durchlaufen, wenn sie sich trifft. Das macht schon wieder Spaß. Du weißt, was das nervige ist. Die Huntress ist der einzige Killer, der die ganze Treppe blockieren kann. Das ist so nervig, ne? Ja. Die ist fett. Fett, fett. Die ist ganz nett. Alle verletzten Tanna. Das ist geil. Richtig nice. Ich komme wieder, aber keine Sorge. Okay. Dieser Killer ist so nervig, ne? Weißt du, die wirft eine Axt. Und du bist einfach schon hinter der Kinderecke. Und sie trifft ja trotzdem. Ups. Babyfried, ihr habt ja eine lange Welt geschrieben, dass ich alle Kinder lieben. Hm. Hm, das ist schlecht. Nimm mich. Was? Oh Gott, durch, dich durch. Wow. Ich will auch liegen. Komm, ich will auch liegen. Ja. Auch liegen. Schlag mich. Wie, hast kein Muri? Hä? Hast du dich auf die letzte Überlehmung vielleicht verstanden? Na, ah, okay, doch nicht. Ja, schlag mich. Ja. Au. Sie hat das gehört, weißt du? Au. Ich will auch, ich will auch. Au. Au. Dann ist auch Muggel bekommen, ja. Oh, ja. Oh, habt ihr ein Glück, Alter. Sie hat Kölscher, Erregung, Tana und fliegen. Oh, Mann. Erregung, Tana und fliegen. Vielen Dank.